Unsere Mission bei Finanztip ist es, euch mehr finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Finanzielle Freiheit, das ist ein Begriff, den man auch gerne mit der Bewegung des Frugalismus in Verbindung bringt. Warum Finanztip mit Frugalismus nicht gleichzusetzen ist und wo die Unterschiede liegen, darüber sprechen wir heute in diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztip. Frugalisten versuchen extrem sparsam zu leben. Und dadurch jeden Euro, der irgendwo übrig bleibt, anzulegen bzw. zu investieren. Dadurch schaffen sie es, einen Großteil ihres Einkommens eben anzulegen. Mit dem Ziel, möglichst früh finanziell unabhängig zu sein. Das heißt, möglichst früh potenziell von ihrem Vermögen leben zu können und nicht mehr arbeiten zu müssen. Wir bei Finanztip respektieren das natürlich, wenn jemand sowas schafft durchzuziehen. Aber unsere Philosophie sieht ein bisschen anders aus. Zunächst einmal wollen wir euch dabei helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden. Also, dass ihr etwas beim Stromtarif spart. Oder bei der Autoversicherung. Oder bei eurem Handy-Tarif. Das schafft euch finanziellen Spielraum. Und das ist schlicht und einfach, was wir meinen, wenn wir sagen, mehr finanzielle Freiheit. Dass ihr mehr und besser entscheiden könnt, was ihr mit eurem Geld anfangt. Und damit ist jetzt keine bestimmte Lebenseinstellung gemeint. Wenn ihr euch entscheidet, das mehr an Geld für was Schönes auszugeben, dann freuen wir uns. Und genauso, wenn ihr euch entscheidet, das Ersparte anzulegen, um eben Vermögen aufzubauen. Ja, natürlich sollt ihr Vermögen aufbauen. Insbesondere für die Altersvorsorge. Weil das ist schlichtweg notwendig. Und genauso, dass ihr eben im Vermögensaufbau flüssig bleiben sollt. Siehe unser letztes Video dazu. Aber es ist eben nicht so, dass wir empfehlen, auch noch wirklich den letzten Euro anzusparen. Denn wenn es eine Einstellung bei Finanztip gibt, dann die. Nämlich, dass wir euch Freiheiten verschaffen. Freiheiten, selbst zu entscheiden. Und dass mit diesen Entscheidungen Verantwortung einhergeht. Am Schluss des Videos noch ein Wort von mir zu dem Thema der Frugalisten, möglichst früh mit dem Arbeiten aufhören zu können. Ich persönlich finde, dass jeder Mensch eine Aufgabe braucht. Und möglichst natürlich eine sinnstiftende Aufgabe, die das Leben ein Stück weit ausfüllt. Jetzt sagt ihr vielleicht, ha, leichter gesagt als getan. Das bringt halt nicht jeder Job. Aber zumindest so viel. Grundlage dafür sind Bildung und Ausbildung. Und darin zu investieren, ist vielleicht einer der besten Finanztipps, die es überhaupt geben kann. Die sinnvollsten und lohnendsten Investitionen überhaupt. Und wenn wir euch helfen können, von dem Ersparten ein bisschen mehr da rein zu investieren, dann finde ich, haben wir einen ganz guten Job gemacht. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.